Die Gemeinde brennt, ich muss mich beeilen, bevor es zu spät ist. Doch die Feuerwehrleute können ihm nicht mehr helfen. Daraufhin beschließt er, sein ganzes Leben zu ändern. Folge 2 – Die Reise Äh, du ***, was willst du, ey? Komm raus, du ***! Ach nö, was ist denn da jetzt schon wieder los? Ich muss mir da echt was überlegen mit dem Stau. So kann das echt nicht weitergehen. Musik Heute ist der schönste Tag meines Lebens. Endlich verlasse ich diesen Ort hier und starte mein Leben neu. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Ah, da vorne! Hey, hallo! Sind Sie der Typ, der mich zur Insel bringt? Na klar, Digga, der bin ich! Komm, Steiger! Juhu, los geht's! Ja! Machines J Wann sind wir endlich da? Haben Sie endlich schon mal über Ihre rechte Schulter geschaut? Ist das die Insel? Sie ist sogar schöner, als ich sie mir vorgestellt habe. Wahnsinn! Jetzt nur noch eine kurze Fahrt im Taxi und schon bin ich beim neuen Zuhause. Oh, das sieht alles hier so schön aus. Wahnsinn! Oh, ich könnte mich echt dran gewöhnen. Und ich werde mich auch dran gewöhnen. Oh, das war echt keine Fehlentscheidung. So schön, alles. Wahnsinn! Schauen wir mal oben nach. Was ist denn hier in dem Raum? Oh, cooles Bett, Alter! Ja, und der Schrank, Wahnsinn! Kann man auf dem Bett auch springen? Aber liegen tut es sich bequem. Ich richte es mal wieder her. Jetzt gehe ich schlafen. Ah, was ist das für ein Geräusch? Warte, es kommt von unten. Hallo, ist hier wer? Hi, hallo! Ist niemand da. Ich gehe wohl besser wieder ran. Ich werde die Hände waschen. Was ist das? Ich werde die Hände waschen. Ich werde die Hände waschen.